Ich wünsche all meinen Freunden von Herzen frohe Weihnachten. Ich hoffe, dass ihr fröhliche Festtage verlebt. Das schönste Geschenk ist Jesus Christus, ein Geschenk, das Gott jedem von uns gegeben hat. Ich weiß aber auch, dass die Feiertage für einige Menschen schwer sein können. Deshalb bete ich, dass du heute daran denkst, Gott liebt dich so sehr. Er kümmert sich um dich und er wird bei dir sein, bei jedem Schritt auf dem Weg, dein ganzes Leben lang. Auch wir haben dich lieb und beten für deinen Frieden, dein Wohlergehen, deine Freude an diesem Weihnachtsfest.